ich kann mich noch an zeiten erinnern da wurde ostern richtig krass gefeiert meine oma hat zum beispiel auch zu ostern geschmückt wenn ich mir das heutzutage angucke ja ich habe mir die tage gedacht gibt es überhaupt nach ostern wurde ostern abgeschafft oder wenn deine tägliche zu schose gibt aber wieso sie so weit an weil es doch ostern ja und ich hab doch mein enkel johannes ja der arme enkel der muss man rausholen verkleide ich mich mal aus der hause ach du heilige dann schlage ich mich in den garten bei johannes und dann versteck ich meine harten zähne verschlack marianne und stelle vor der sieht dass dann die leuchtenden kinderaugen also ich glaube nie böse gemeint marianne aber wenn er das sieht wenn er das sieht wird der veganer das ist immer der erste punkt der zweite punkt ist wenn er das sieht ja der muss das dann erstmal aufarbeiten also ich denke mal mindestens zehn zwanzig jahre psychologe willst du das sind kind antun damit verdirbst du den für immer und ewig ostern der wird der wird sobald ostern ist dann immer wieder ja dich sehen das ist nicht schön jetzt schon wieder tränen muss ich wirklich mich zusammenreißen also johannes ja wie alt ist johannes 16 16 ja wenn der 16 ja gut dann dann ist er mit seinen eigenen eiern beschäftigt die sind dann deutlich interessanter als die schoko eier aus dem garten nicht so so eine ist der johannes nicht eh ja da glaubt man doch also jetzt mal in ernst marianne der glaubt doch mit 16 du glaubst doch nicht johannes hat gestern wirklich bei sich im zimmer staub gesaugt beim nächsten mal staub ist komisch dass der johannes am tag 20 mal staub sagt marianne hast du dir nicht mal gedanken gemacht geht da mal hin geht da mal ohne vorher anzuklopfen rein das ist kein staubsaugen glaubt man das ist kein staubsaugen und die geräusche die er macht das ist der stößt sich nicht jeden tag 20 mal sein zeh an ist du doch nicht wenn er dich so sieht was dann der ruft doch die polizei quatsch der denkt doch da ist jemand aus psychiatrie ausgebrochen du bist wieder viel zu negativ mag ich sehr sympathisch wenn der dich sieht was soll ich denn machen das frage ich dich der sieht dich und was sagst du dann zu ihm eh dann sag ich eh ho 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 macht der weihnachtsmann morianne wirklich ja ich bin so aufgeregt deswegen können wir mal darüber reden dass eigentlich ein hase nicht reden darf alles klar ich hab ich hab ein ultra guten plan gefunden ich werde meine freundin jetzt sagen ostern wird jetzt jedes jahr gefeiert bitte verkleid dich als hause perfekt da gibt es noch ein paar andere denn die wird schon auch als hause verkleiden aber die müssen dann auch wirklich hause seine die dürfen dann bitte nicht reden nicht in meiner nähe voll mir gefällt ostern müsste man jeden tag machen nase nase guten tag ich bin der osterhase das ist wirklich nicht dein ernst oder morianne ostern und der osterhase häkel das ist doch so was schönes wieso gibt das überhaupt diese komische geschichte mit den osterhasen was hat das mit jesus zu tun jesus zu tun ich hab eine theorie die hasen sind ja zu frühling sehr eh paarungswillig ja und eier stehen ja auch für gut das ist aber jetzt im fall im vergleich mit jesus also schwierig schwierig ne also sag mal so ähm kalfreidag jetzt also da 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 war jesus jetzt denke ich mal nicht zumute dass das ja dass er sich paaren wollte und ich glaube zum ostermontag hatte der ja auch schwierig schwieriges thema ja ich glaube da aber der nee 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 da 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 glaube ganz andere probleme für neues leben ja ja vielleicht hat er damit irgendwie das blöde morianne ja das war so jesus hat nase geschlachtet der hat sich für die menschheit ans kreuz genagelt natürlich hatte der eier nicht kann man so sehen ja schon aber ich meine ich würde sie machen ja vielleicht haben die ja immer gerne eier gegessen morgen das kann sein ja oder so ein omelette ja und jesus aber warum dann der osterrase weil eier kann ja auch ein teddybär oder ein bär allgemein sammeln oder eine schlange oder ein huhn warum hat man ihn nun genommen nee ich glaube das ist so ich habe das neue und das alte testament habe ich euch schon gesagt gelesen ich bin ja trotzdem atheistisch geprägt trotzdem kann man mir gerne zu weihnachten immer geschenke geben ich feiere weihnachten sehr gerne solange ich selber nicht schenken muss ostern feiere ich auch sehr gerne solange ich schokolade bekomme und niemanden schokolade geben muss aber das ist eine andere sache das darf ich als alte ist lass mich in ruhe ich glaube es wurde sehr gerne hase gegessen und den hasen den sie gerade da hatten den haben sie selber aufgezüchtet und der haase hatte leider vor der schlachtung probleme mit seinen hoden wir müssen das jetzt klar so sagen und vor der schlachtung haben sie die hoden selber noch mal abgeschnitten dass er nicht qualvoll an hodenkrebs stirbt und den hoden haben sie versteckt versteckt weil gedacht wurde dass aus den hoden neue hasen erwachen sprich dass man noch mehr hasen hat die man essen kann ja das war's der hat er immer ein spiel draus gemacht und die eier versteckt das glaube ich nicht wieso nicht also kannst du mir das gegenteil beweisen irgendwo muss hat ja herkommen dass wir jetzt kommt von coca cola jetzt sag mal mal ganz blöd gefragt helga ja aber nicht auslachen jetzt ne was was ist denn nein morianne das gibt den außerhase nicht wirklich aber es passieren doch immer wieder wunder auf dieser welt ja das erlebst du doch auch immer wieder ja also das letzte wunder ne das ist aber schon lange her ich ich warte bis heute noch drauf dass man wunder hier geschieht dass man mal weniger steuern bezahlt und mehr von sein gehalt hat da das werde ich nie wieder erleben im gegenteil die wollen ja jetzt nächstes jahr wollen sie die krankenversicherung noch höher machen klar nimm klein mein ganzes gehalt also wunder wunder wärs mal wenn mal die ganze regierung ausgewechselt wird das ist das wäre wirklich mal ein wunder und dann würde ich wirklich also ab den tag ab den tag würde ich jeden tag in die kirche gehen jeden tag jeden tag ich würde da kämpfen ich würde dafür kämpfen ein paar tagen da hat unsere bundesregierung das doch tatsächlich geschafft morgen gesetz zu verabschieden was jetzt auch wirklich kommt na siehst du es war nur das gesetz das wir jetzt alle mehr kiffen dürfen aber naja besser als nicht und wenn solche wunder passieren ja helga dann frage ich dich mal was kann es nicht vielleicht doch sein dass es den den osterhasen wirklich gibt ich sag mal so morianne wenn du so weiterredest dann stecke ich dich in die psychiatrie ok ja verstanden gut ich probe noch mal ein bisschen das hobbeln dass es auch authentisch ist ja hobbel du mal noch ein bisschen durch den garten morianne macht alles klar marianne hobbel mal ich muss ja ganz kurz psychiatrie topel mal zu deiner psychiatrie also ich musste kurz psychiatrie schreiben dass wieder jemand hier rumläuft und denkt der werden hase naja also man muss man muss wirklich sagen bei solchen psychosen wird der spaß auf und dann sollte man den leuten helfen wenn ihr heute heute ist ostermontag für euch dann kommt das video kommt so also osan ist schon vorbei wenn ihr da jemand gesehen habt der sich als hase verkleidet hat der rgz gebühren versteckt hat der eier versteckt hat und ruft einen krankenwagen es ist nicht zu spät solchen leuten zu helfen es ist auch nicht zu spät einzusehen eh man braucht hilfe man hat sich hoßen sperrt sein wenn es eure eltern sind klar scheiße und so schade ne mutter vater ist weg aber ihr könnt sie auch immer besuchen aber was kommt als nächstes stellt euch mal vor eure eltern versteckt verkleiden sich dann zu weihnachten eurer vater zum beispiel als weihnachtsmann und er bildet sich dann in seinen kopf ein dass er wirklich der weihnachtsmann ist und der euch gerade beschenkt der denkt dann in dem moment wirklich er wäre der weihnachtsmann der denkt nicht dass er euer vater wert sondern der weihnachtsmann und ihr meint das ist normal ihr meint solche leute sollte man nie irgendwie unterstützend helfen man schubs in die richtige richtung zu geben mal zu sagen ey pass öff vater wo ich sechs war hast du dich ja als weihnachtsmann verkleidet mutti du hast dich ja immer gerne als außerhase verkleidet ich habe eure zu schossen als sechsjähriger immer akzeptiert aber es reicht mir langsam ihr macht das jedes jahr jedes jahr und ja wenn ihr die tür auf macht findet ihr gleich drei vier leute mit weißen kittel und die bringen euch dahin wo sehr viele sind die sich jährlich als weihnachtsmann und als außerhase verkleidet und euch wird geholfen das ist wirklich also man es gibt zu schossen klar so okay wenn er so kleine sind die kann man irgendwie auch ambulant behandeln aber wenn eure eltern oder irgendwie eure geschwister schon sich als außerhase verkleidet hat helft den helften die wissen sie ja selber nicht dass sie hier verbrauchen die sind ja so tief in die zu schossen ist halt einfach so das ist schwierig so und das problem ist wenn dann meine zu schossen kommt da ist ein echter hause könnte essen sein damit das ist so ein großer hause der sehr groß habe ich schon lange nicht mehr gesehen den kann ich schlachten was ist denn dann wenn dann meine zu schossen auf einmal ihr müsst ihr müsst ihr müsst ja mal weiterdenken ich habe manchmal auch zu schossen ne zum beispiel weniger steuern sollen weniger miete zahlen mehr gehalt ich habe aber auch manchmal zu schossen das hatte ich gestern auch ich habe gestern gesehen war ein meter 50 und hat sich als hause verkleidet ich habe mir gedacht das ist viel fleisch damit kommt man einen monat hin es ist ja weg ich habe gemerkt war doch gehen hause ja hat aber geschmeckt muss man muss man sagen hat hat gut geschmeckt bisschen zäh aber okay das mal alter schwede der ist doch wirklich eine sicherung durchgebrannt ach ja und dann gehen nochmal für die schokoäuer die du mir ins blumenbeet gelegt hast was die schokoäuer die du mir ins blumenbeet gelegt hast dann ich habe da reingekackt nochmal dafür ich habe dir keine schokoäuer ins blumenbeet gelegt hast du nicht nein was gibt es denn spiegelei mit rührei auf schwarz braun bei mir geht es raus aber einen monat lang also einen monat lang würde ich jetzt hause essen weil ich habe ja einen hause gestern geschlachtet und gegessen was ja auch komisch ist seitdem ich den hause gestern geschlachtet habe läuft ja überall polizei rum aber es ist eine andere geschichte ne passt bitte auf also wie schon gesagt ihr triggert damit auch andere zu schossen und wenn dann vor euch einer steht der denkt oh das ist ein echter hase ja gut dann ist vorbei dann seid ihr tot nach der wende also wie schon gesagt liebe kinder da draußen wenn sich eure eltern oder auch zu fasching sehe ich das immer wieder die leute die werden immer sauer naja ich war jetzt in in köln und ich habe da ein paar leute mitgenommen ich habe ich habe da auch öfters mal krankenwagen angerufen die haben auch alle leute mitgenommen da stande vor mir einer der hat so getan als wäre ein polizist habe ich ja pass auf du bist kein polizist du bist von der gez aber du bist kein polizist du bist du bist ein illegaler du bist ein schwer krimineller du ziehst mir das geld aus den taschen aber du bist kein polizist das wärst du gerne aber es bist du nicht den habe ich dann habe ich dann angerufen und der ist weg der ist eingesperrt also gerade auch die leute karneval so ja ist ja klar dass es tag der zischhosen aber passt darauf passt darauf was kommt als nächstes denkt da da kommt erinnern denkt ja ich bin politiker ich bin kanzler von deutschland so ist schwierig ist also es gibt auch ein haus das ist berlin ganz also da bundes bundes da ist auch immer da reden die immer und 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 da gucke ich mir auch immer so videos an da gibt es so leute die nennt sich dann so die die linken die gerade außen spd spd die 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 piraten und so weiter die parteilosen und und damit da guck ich mir auch immer so so videos an denke ich mir auch so ein ganzes haus voller psychisch gestörten ein ganzes haus und da sind noch keine mit dem kittel lang gelaufen ne also dem muss man doch auch helfen dem muss man doch auch helfen denkt doch mal an andere leute verteilt doch mal ein bisschen liebe helft doch mal gegen helft euch doch mal gegenseitig ne das haus müsste man unter quarantäne stellen sagen hier pass auf sie schossen ihren anstalt die dürfen doch nicht mal raus die laufen draußen rum und denken die tun was gutes für deutschland naja gut ich hoffe euch hat es gefallen guckt unbedingt das original video an lasst liebe da lasst kommentare da lasst wortschheim da und wir sehen uns im nächsten video bis dann haut rein und tschüss abone mir